Guten Morgen zum zweiten. Es ist Freitag. Burpees. Yeah, Burpees. Wir hocken Burpees in Teil 1 in 3 Kategorien. Also wir beginnen immer mit 5 Burpees und erhöhen dann quasi pro Runde um 1. Das sind die Einsteiger oder um 3 die Fortgeschnittenen oder um 5 die Pros. Man macht dann quasi immer pro Runde eine Minute Pause oder nach der Runde eine Minute Pause. Aber Doppelhocken. Das heißt Enddoppelhocken, runterhocken, abhocken, anhocken, abhocken, Liegestütze und Sprung. Davon im ersten Durchgang 5 Stück. Eine Minute Pause, dann 6 Stück oder 8 Stück. Oder 10 Stück. Wieder eine Minute Pause und wieder 1, 3 oder 5 mehr. Immer an die Doppelhocken. Also runter, Liegestütze, Doppelhocken und hoch. Jetzt sagen wir, dass das aber vorhin ein anderes Thema. Genau, könnt ihr euch aussuchen. Das Wichtigste ist dann bei einmal eine Doppelhocken. Ob das jetzt beim ersten Mal ist oder beim zweiten Mal, also vor oder nach wie gestützt, ist egal. Sportfrei. Bis denn. Dann. Dann. Dann.